Hier ist ein kleiner Volvo-Barra an seiner Arbeit. Den gibt es aber nicht genau vom Bruder. Aber er ist trotzdem schön. Es gibt den gleichen, aber auch in weiß und rot. Hier ist es aber staubig. Ganz schön. Wo bagger ich denn jetzt? Wo bagger ich? Schau, wo hier? Rad drehen. Was ist der Hase? Ich komme ja gar nicht mehr durch. Was ist das? Warte, ich schieße mal. Oh, ein Dinosaurier. Was ist denn das? Hey Leute, ich habe ein Zigaretter gefunden. Für alle erst mal Stopp. Okay, ich rufe ein Archäologen. Sehr gut. Dann nutze ich diese kleine Pause und mache erst mal das Frühstück. Da freue ich mich jetzt. Stopp um meine Arbeit. Auch. Jetzt erst mal mein Kild hoch und wegfahren. Hallo, sind da die Archäologen? Ja, wer spricht da? Hallo, wir haben ein Dinos die Lipp gefunden. Hier bei dem großen Berg. Sehen Sie sich das mal an. Was ist denn damit? Wir haben vermutet, dass sie uns helfen können und vielleicht das Dinoskelett ausbuddeln und ins Museum bringen. Gott, das machen wir ja. Sehr gut. Die Archäologen kommen bald. Nun, muss ich noch ein bisschen aufräumen? Äh, nee, ich glaube nicht. Das sieht gut aus hier. Wir müssen jetzt zum großen Kiesberg. Geklappt. Gut, dann fahr ich los. Gut, dann schleiche ich den Mund her. 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 Okay, legal. Du hast mir die Tür zu. Gut, jetzt schnell die Plane weg. Warte, ich hole schnell meinen Helm. So, jetzt hol ich meine Folie raus. Warte, ich hole mich.